Warum? Warum bin ich ausgestoßt? Und die Stammmütter wissen es? Du müsstest viele Jahre üben. Ist mir doch egal! Die Erprobung, der Initiationsritus jedes Jahr. Die ihn bestehen, werden Krieger. Aber wer auch immer gewinnt, dem erfüllen die Stammmütter einen Wunsch. Einen Wunsch? Ja, was immer der Sieger sich wünscht. Dann mach ich es! Egal wie schwierig. Ich werde gewinnen. Verstehe. Dann lass uns anfangen. Dein Training wird sehr hart. Und es wird Jahre dauern. Trainieren? Ja! Komm! Answer Dich. Du bist großartig. Dich. Du bist großartig. Hörst du quadern. Du bist großartig. Du bist großartig. Alles großartig. Bauten? Frieden? Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018